Wie kann ich hier mit anfangen, wenn ich ganz ehrlich bin? Wenn da Joko ein Glas drauf stand, dann hätte ich das super. Hallo, tierisch. Ja, wem muss, also mir muss sowas nicht sagen, ich war ja auch mal zehn Jahre mit einem zusammen, der so ähnlich aussieht wie Florian Silbereisen. Gut, deutlich weniger talentiert, aber ein schöner Mann. Mit der Comedy-Show und Late Night Night Live. Klaas 3 Uhr umdach, 23 Uhr, einschalten. Ach, Joki. Joki, sehr gut. Joko ist das, ja. Joki. Joki. Hallo, to you, did you ever know that you were in the middle of my mind? Hallo, to you, I could never figure out why you're so hard to find. Wenn ich davon auswege, ich weiß es nicht. So habe ich Klaas damals aus dem Tierheim geholt. Ja, mag ich. Keiner will es haben und trotzdem ist es überall. Juuuunzahn. JWD, jetzt an E und hier. Oh, nee, das ist gemein. Ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist, dass das Ding einen guten Meter hoch ist oder dass da Bilder von Klaas drauf sind. Das geht hier mit dem Perlenohrring. Joki, ich weiß nicht. Joki, mein Schild. Hallo, to you, did you ever know that you were in the middle of my mind? Hallo, to you, I could never figure out why you're so hard to find. Na ja, wir machen jetzt eine kurze Pause, singt er. Hallo, hallo Berlin, oder Potsdam, Entschuldigung, hallo Potsdam. Ich habe mit Klaas das Harte-Harte-Schlafen entwickelt. Mit Joko, wenn wer Joko verarscht, der kriegt doch mit mir Ärger. Wir haben Joko, wir haben Joko. Was guckst du? Ja, das ist keine Ahnung. Klaas. Ach, Klaas. Ja. Hallo, to you, did you ever know that you were in the middle of my mind? Hallo, to you, I could never figure out why you were so hard to find. Hallo, to you, I could never figure out why you were so hard to find. Untertitelung des ZDF, 2020